Habe ich gehört? Irgendwo ist gerade ein Monster erschienen. Irgendwo. Ah, so ein Sprungpindappel ist erschienen. Es ist gut. Es ist schlecht. Was will uns der Sprungpindappel damit sagen? Es ist eine geheime Botschaft. Und was haben die Illuminaten damit zu tun? Ah, die Schildviecher sind lästig. Erst den Normalen kastrieren. Komm schon, mach deinen Scheiß. Und reingeknippelt und... Na. Wasser davon, so. Leg dich nicht mit Sohan an und bla. Erinnerung. Meins. Wow. Gegen Feuer, Witterung und sogar gegen unanständige Berberaffen. Falls es nötig ist. Berberaffen. Gibraltar. Alter, wo kommst du her? Wo komm ich her? Was ist das? Wo ist meine Mama? Na. Flup. Blub, 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 blub. Meins. No. 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 Und dann da hoch, oder wie? Nein, meins. Nein. Nein, ich. Wow. Boah, das war knapp. Das. Das war wow. Komm schon? Komm schon? Ich schaff's uns skillsprung nicht noch mal. Nein, meins, meins. Wow, das war knapp. Schnell rüber, schnell rüber, schnell rüber. Oh, ne Schnauze. Wow, wie viel Schnauze es hier gibt. Mal schon. Ah, gefunden. Halsmaul. So, ich werd mal darauf steppen, dass wir das jetzt so machen. Nö? Fette Schwein. Danke sehr, Schwein. Flop. Immer wieder gucken, ob die Klinge danach funktioniert. Kein Bock, das gleich nochmal einstellen zu müssen. No. Ich weiß aber immer noch nicht, was die Flaschen bringen. Ich mein, wir haben jetzt rausgefunden, was diese Lilien... Waren sie Lilien? Die Blumen bringen? Wir haben einen Vierfachsprung. Wir springen wie ein Frosch. Also, wir haben schon einiges rausgefunden, aber was bringen die Flaschen? Ich mein, wir haben eine Erinnerung. Und... Rädchen, die verschwinden. Ja, wir haben unseren Strumpf-Modus. Strumpf. Ja, wir haben den Strumpf-Modus, weil wir dann in einen Strumpf reinpassen. Deswegen heißt er Strumpf-Modus. Und dann haben wir hier diese Erinnerung. Ich weiß, du hörst mich, du widerspenstiges Kind. Benutz die Bettpfanne und lass jetzt das elende Kaninchen los. Äh, ich will gar nicht wissen, was die mit der Bettpfanne und dem Kaninchen macht. Und, komm schon. Noch irgendwas? Norm. Mainz. Norm. Also, wir wissen eigentlich nichts über die Flaschen. Eigentlich gar nichts. Oh, doch, doch, doch. Geistesblitz. Ah, fuck you. Frisst das. In der üblichen Alice-Story, da hat ihr doch auch ständig diesen größer machenden Trank da getrunken. Und den kleiner machenden Trank getrunken. Und Tränke getrunken, die Tränke trinken. Und dann wurde ich größer und hatte Halos und dann hatte Kaninchen und nur einen Hutmacher und sowas gesehen. Oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, ich hab die Geschichte nie als Kind verstanden. Aber nie. Oh, noch ne Schnauze. Die sind hier aber auch häufig. Oh, leck. Oder halt, das sollen dann vielleicht diese Flaschen darstellen. Ich mein, haben sie einfach so übernommen, so als Secret. Yay. Achievement Hunter am Berg. Ich hatte es auch wieder da unten. Ja. Boah, langsam ein bisschen Riechen dafür. Ich hab ne Schnauze dafür. Ja, das, das, bitte lass es gut gehen. Komm schon. Oh, lass mal mit einem Sprung. bling mein habs mein habs oh ne glühlampe darüber oh das sieht rosa aus das sieht nicht rosa aus doch rosa es war viel allein, ein introvertiertes und alsames Kind vermutlich ihre Schwester und ihre Befolger zu alt um Spielkameradin zu sein ich bin so ein Schisser wenn es um Speichern geht ich hab dann immer so Angst dass irgendwas hyper krasses kommt und mich einfach instant killt ja dann kill ich den jetzt mal instant 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 was wupf oh wow das ist augenpott 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 ist was au fuck you tritt mir nicht ins Gesicht so weg teleportieren ha ins Auge ins Gesicht ja jetzt hat er einen Sprung oder wie boooja oh bitte nicht ja komm gib mir mehr was macht das bitte das ist doch nicht deren Ernst nom nom oh da ist noch eins wie tss 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 ich mach jetzt erstmal den da so sichere Entfernung nicht nicht dass er mir wie ins Gesicht tritt komm mach dein perfektes Auge auf mach dein perfektes Auge auf kommschon 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 da diese fucking Überhitzung ich bin schon richtig froh wenn das endlich das Upgrade dafür holen boah fick dich da endlich so was au in dein Gesicht in dein Gesicht ja ich camp jetzt hier also wenn du nicht dagegen hast ich töte dich dann loote ich dich und dann dann mach ich Dinge mit dir die du gar nicht wissen willst ich trinke Tee aus dir wie gefällt dir das ich werde Tee aus dir trinken mir noch nie zuvor jemand Tee aus dir getrunken hat und nein ich kann wieder nicht zum Messer wechseln was was soll denn das nein nein rage äh noob du fiel ist äh der Dame-Bot und warum denn nicht ich versuch's zu fixen so voll dabei hier unten auf der Ebene mit dem letzten Gegner wieder und fuck you im Nahkampf na fuck you was das das Viecher hat uns getötet ich möchte sofort fahren äh ja ja ich hätte das Spiel gerne durchgespielt anstatt es jemand einfach zu beenden weil mich so ein Pottkessel Tee sonst was getötet hat schenk der Katze bla ja schenk der Katze ich konnte ihn noch nicht mal zu Ende lesen was sie sagen verkackt jetzt das ganze nochmal gut diesmal machen wir die weniger feine feige Mission feige ob feige Ding äh feige 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 feigenbaum so und ausweichen was machen wir machen wir machen das erstmal so fertig dann ist es voll am Arsch dann machen wir badem 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 machen wir so machen wir so dann ist es wieder voll am Arsch machen wir badem 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 das hat auch jetzt mal gut geklappt das war nice das ist doch mal ne Taktik die funktioniert mach mir doch direkt mal weiter ich mein abgesehen von diesen schwarzen Typen da ist es doch nicht anders der ist auch direkt weg zack 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 und so und na kam so und na kam das klappt richtig gut darauf bin ich schon fast stolz treff mich nicht ja schon treff mich treff mich treff mich oh fast deine Eltern lieben dich nicht deswegen bist du jetzt hier das mir fällt kein guter Design deswegen servierst du Tee und kein Bier ich hätte es echt lassen sollen na das das vielleicht erf r da sind zwei da sind da da sind zwei ja wie noch erst mal den und den oder doch und das hat geklappt das war bei weitem besser oh, wow, jemand hat gerade meine Buswahlkarte gefunden kann ja nur noch besser werden Fundbüro welche von Sachen da reinkamen